Hallihallo da sind wir wieder bei Steffen probiert nicht zu sterben und da fällt mir gerade ein wir haben uns hier eine kleine neue Basis nicht hier hier oben auf der grünen Wiese würde ich sagen da nicht noch irgendwas was er mir antun wollt weil ich auch spinnen ja hier war noch spinnen aber hier haben wir ja noch essen würde ich sagen bräuchten wir hier mal noch eine neue Science Machine so sehr schön Gräser sammeln wir uns auch ein davon haben wir nämlich auch nicht mehr Fälle für unseren nächsten Strohhut jetzt müssen wir mal gucken wie wir das hier managen Fleisch kann ich ja nicht essen so Mist 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 Nein Oh fuck Fuck it Wie war denn das mit dem Kochtopf? Kriegen wir den noch in die Bauch schnell? Sechs Asche Aber wir wollten ja unseren Siesta Dings hier bauen Oh jetzt sag nicht ich brauch dafür Ich brauch dafür glaube ich das andere Ding noch Die, die, äh, nicht die Science Machine, die Alchemie Maschine Ich würde sagen wir fahren nochmal zurück Soweit wir können Ich denke vieles ist unnötig gerade was ich mitgenommen habe Ah nicht über den Sand gehen Verhitzen wir uns gleich wieder die Füßchen Und das wollen wir ja nicht Wir nehmen auch alles was wir an Essen kriegen Müssen wir auch irgendwie mitnehmen Wäääää Wo kommt die noch immer her? Unser Bötchen ist da unten Ach Gott, ey. Ob wir das überleben hier? Ich hoffe es doch. Gucken wir, dass wir unsere Basis vielleicht wieder aufgebaut kriegen. Eigentlich brauchen wir ja nur Holz. Warum? Verstehe ich nicht. Warum überhitze ich hier? Macht nicht viel Sinn, oder? Auf dem Wasser? Alles zerstört ist da, ne? Zum Kotzen. Wieso ist es so heiß? Was ist denn die Axt? Oh, fuck, ey. Nein! Warum? 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 Was mache ich? Wie soll ich denn... Ich sterbe. Ist eigentlich dumm, aufs Meer zu fahren, jetzt, ne? Ja, genau. Genau, ja, ist richtig gut. Gleich noch Hunde hinterher. Ist doch scheiße. Richtig dumm. Wir haben jetzt gar nichts, ne? Warum bin ich hochs Wasser? Aber wie soll ich mich denn... Wie soll ich mich denn abkühlen? Ich wollte ja diese Siesta-Ding bauen, aber das hat mir ja alles schon wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also, ich kann jetzt nur... Ahaha, geil. Ach ja, genau. Ey, das hat... Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ah! Oh, das wäre jetzt fast gewesen, gerade, ne? Ah! Ach, ist doch scheiße. Jetzt mal ohne Witz. Ich hab doch den scheiß Schirm gehabt, die Sonnenmütze da. Was soll ich denn da noch aufziehen? Jetzt mal ehrlich. Das ist meine letzte Amtshandlung. Toll. Hat's richtig gebracht. Magie. Magie lebt in uns. Ach, wir haben es so lange geschafft. Ich habe... Zumindest habe ich es jetzt im Let's Play schon mal alle vier Seasons an einem Stück geschafft. Und ich habe ja mal gehofft, dass ich diese jetzt noch überlebe. Und dann haben wir ja erstmal wieder Ruhe. Und dann haben wir ja... Dann ist ja alles nicht so schwer. Auch die nächsten Jahreszeiten, die kommen nicht. Weil man hat sich ja so ein bisschen was aufgebaut und hat Zeit für andere Sachen. Und dann wird man halt immer, immer, immer besser. Ah, ist doch scheiße, ey. Muss ich da echt dieses Siesta-Ding da... Wieso nicht, ob ich mich absichtlich jetzt nass machen könnte? Irgendwie. Melone hatte ich jetzt auch nicht, um mir die auf den Kopf zu machen. Ich hätte mir vielleicht... Na ja, eine Eismaschine geht auch nicht. Da brauche ich Zahnräder für. Und ich habe mir gerade erst vor dem Part jetzt nochmal durchgelesen, dass am Anfang ist es nicht so... Man überhitzt am Anfang noch nicht so. Dann sollte man sich in der Mitte der Saison irgendwie auf dem Meer aufhalten. Aber das hat ja auch nichts gebracht. Also irgendwie, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber ja, gut. Es gewittert. Jetzt können wir eigentlich... Dann spielen wir das doch jetzt so. Ich sage, ich bleibe jetzt hier einfach in dem Bildschirm. Dann gucken wir uns das Ganze hier mal so an. Und vielleicht... Ja, schön. Ja, cool. Brennt alles an hier. Mein Vulkanstab hat gar nichts gebracht. Wahrscheinlich, weil ich einfach schon tot war. Na ja. Wie ich es ja an den anderen Parts gesagt hatte, würde ich mit dem, den wir uns jetzt gerade erst freigeschalten haben, mit Warly mal probieren zu spielen. Aber es ist halt die Frage... Ob ihr das auch wollt. Oder wie ich jetzt vorgehen soll. Ich überlege doch gerade, wie ich das jetzt mache. Also ich kann jetzt natürlich nicht auf immer und ewig Don't Starve spielen. Ist die Frage, fang jetzt einfach nochmal neu an. Was wahrscheinlich Miss Butterfly freuen würde, weil die hat ja gesagt, sie freut sich immer, wenn jemand neu anfängt. Warum auch immer. Oder nutze ich jetzt die Zeit und zeige halt erstmal noch den neuen Charakter und fange gleichzeitig halt auch nochmal neu an. und wenn ich dann nochmal sterbe, mache ich vielleicht so ein paar Sondervideos mit Konsolenbefehle oder Steuerungen, was man da für Tricks hat oder generell, wie man was kriegt, baut, macht, tut. Wiss ich nicht. Aber ich würde sagen, wir haben ja noch 10 Minuten. Kann ich ja jetzt nicht Schluss machen. Hier ist noch ein alten Don't Starve-Stand. Wir fangen natürlich neu an. Also einmal würde ich sagen, fangen wir nochmal neu an hier. Solange es keinen neuen Charakter mehr gibt, würde ich sagen, würde ich es dann dabei auch belassen. Die alten kennt man ja. Schau mich nicht an. Ich bin noch nicht fertig. Also zwei sollen anscheinend hier noch kommen, wenn das stimmt. Also wenn das so gewollt ist oder, weiß ich nicht, ob man eins immer offen lässt und dann kommt nur noch einer oder ob es zwei Fragezeichen auch wirklich nur mit zwei Charakteren ist. Wäre mal interessant. Ja, da haben wir unseren Koch. Wie ich schon gesagt habe, hat einen vornehmen Geschmack, kocht in seinen eigenen Kochtopf und hat einen stylischen Kochhut oder eine Kochtasche Pooch ist ja eigentlich die Tasche. Ja, dann würde ich sagen, das haben sie immer noch nicht eingefügt. Fangen wir einfach nochmal neu an. Was sollt? Man wird nur klüger. Trial and error, ne? Oh, ist das scheiße. Ach, warum ich... Vor allem, ihr habt ja auch gemerkt, das hat ja gerade auch nichts gebracht, den Stein da zu haben, weil ich hätte echt an Land sterben sollen. Dann hätte ich das Zeug zumindest jetzt schnell schnappen können. War dumm, von mir wieder rauszufahren. Und man muss halt quasi eigentlich saison-technisch eine Kiste daneben den, äh, Stein abwerfen. Weil man ja nie weiß, wann braucht man das irgendwie. Ach, das ist eine Tasche denn. Ah. Das ist quasi ein Rucksack. Okay. Ich hab ja gedacht, das ist, äh, das ist, ähm, na, ne, ne Kopfbedeckung, dachte ich so. Also, so halt, so war meine Vorstellung. Dass das eine Kopfbedeckung wird. Ja, frohes neues Sammeln, würde ich sagen. Freut mich das, dass ihr, äh, die ganzen Parts, äh, durchgehalten habt und fleißig mitgemacht habt. Und entweder ihr gebt euch den, den Shit hier nochmal und probiert mit mir nochmal ein völlig neues, äh, Erlebnis mit mir hier stattfinden zu lassen. Oder ihr sagt, na, Steffen, nochmal neu anfangen. Na, das muss nicht sein. Das langweilt mich, Steffen. Unterhalte mich. Aber nicht auf diese Art. Dann, äh, wie gesagt, ich bin immer gerne für Kommentare zu haben. Was ihr mir da anbieten könnt, nehme ich mir auch zu Herzen. Und ich hätte halt gerne, wenn ich das jetzt geschafft hätte, die Vulkansaison, so, auch mal halt coole Sachen so gemacht in Sachen, wie, äh, mal mit einem Panzerboot rausfahren, mal mit der Wünschelrute rumlaufen, mal einen Wal töten und halt so eine Späße, ne? Aber ist halt natürlich jetzt, äh, ja, ich finde so, das nebenbei zu machen, da vernachlässigst du halt dann alles andere und dann wird es halt noch schwieriger, finde ich, zu überleben. So was kann man denn echt machen, wenn man schon eine Basis aufgebaut hat und Zeit dafür hat? Also ich finde, dass diese, diese Zeitspanne mit, ich kann was unternehmen und machen, ist bei dem normalen Don't Staff wesentlich besser gewesen, in dem Sinne, dass es jetzt dadurch natürlich hier schwieriger wird zu überleben. Also ich finde, das ist knackiger geworden. Das einzige Problem, was ich mal bei Don't Staff hatte, war wirklich der Winter. Ansonsten hatte ich überhaupt kein Problem. Also über den Winter halt Nahrung zu finden, ansonsten war das alles nicht so wirklich das Problem. Was ich mir halt übelst gerne wünschen würde, wäre, äh, den Don't Staff Together mit dem Spielmodi. Weil dann würde auf jeden Fall nämlich mal an Patty und Annika mit einsteigen, vielleicht sogar noch der Chris und halt mitspielen. Und ich denke mal, zu viert ist jetzt so eine Sache. Also da könnte ich zum Beispiel wieder die Basismami spielen, wie ihr aus den alten Parts noch kennt. So, wir brauchen Holz. Die halt, wie gesagt, die Basismutti halt spielen. Und könnte halt die anderen beauftragen, hier, hol das, hol das, hol das. Und die haben, und die hätten dann halt Zeit, das halt zu besorgen, zu holen, zu suchen, zu erforschen. Und dann denke ich mal, wäre das Let's Play auch wesentlich unterhaltener, würde ich sagen. Kann man da jetzt eigentlich auch normale Sachen reinmachen? Ja. Aber man soll da Nahrung reinmachen, die verdirbt dann halt 50 Prozent weniger. Ja, wir gehen mal hier die Runde weiter. Achso, wir sollen ja ein Hütchen uns gleich zusammenbauen. Jetzt müssen wir mit den grundlegendsten Sachen wieder anfangen hier. Zum Beispiel die, die, äh, den Blumenhut, den haben wir eigentlich so gut wie gar nicht mehr gebraucht, jetzt zum Ende hin, weil wir durch unseren Crockpot und den unseren Gerichten uns da eigentlich immer und schlafen uns immer gut auf die Beine halten konnten mit. So, dass wir auch gar nicht in Not da irgendwie gekommen wären. Okay, hier ist noch so ein doofer Baum. So, eine noch. Schwuppidiwupp. Machen wir uns hier noch ein Sonnenhütlein. So, wir sollen es mal noch ein bisschen Halt. Ich weiß nicht, ich denke mal, ich werde mir noch mal ein bisschen genauer angucken müssen, wie wir das hier überstehen mit dem. Ich weiß auch nicht, ob dieser Siesta unterstand, ob der uns jetzt da mega gerettet hätte, weil da kann man, ich glaube, es ist wie so, wie das Zelt, dass man da halt schlafen gehen kann und kühlt sich dann halt ab. Also quasi wie so eine Art Sanity Refresh mäßig. Aber da müssen wir mal gucken. Vor allen Dingen hätte ich halt auch Pech gehabt, dass das halt trotzdem abgefackelt wäre. Die Zutaten waren jetzt nicht so, äh, selten, äh, nicht so, was, selten, nicht selten, sondern nicht so im Überfluss, dass ich da hätte jetzt hier zehn so eine Siesta-Dinger bauen können. Ach, guck mal. Das ist, das ist das, äh, ist ja schon mal interessant, äh, ob das Spiel sich jetzt nochmal anders gestaltet, dank der Updates, äh, haben wir ja einige Änderungen, wo ich nicht wusste, ob die sich übernommen haben. Da! Und, äh, wie ihr schon oben sehen könnt, ist da, ich brauche eine Pickaxe, ansonsten sind wir hier auch gleich am Arsch, ist da oben diese Kiste. Ich glaube, die kann man halt zerhämmern und da sind dann halt Schätze drin. Irgendwas in der Richtung. So hatte ich's, äh, gelesen und verstanden. Da ist irgendein Ding. Das Instrument ist geil, oder? Hatte ich ja auch erzählt, dass das, äh, so eine Steel Drum ist. Finde ich ein mega geiles Instrument. Und wir können gleich mal in der Nacht, äh, unseren, äh, Kochtopf ausprobieren. Und uns dann gleich mal ein bisschen was Schickes kochen. Wir haben ja hier noch Zeug jetzt hier auch da. Äh, Steine, Steine, Steine. Und wir werden natürlich jetzt unsere Steinmauer wieder etablieren können, die ja angeblich laut Bugfix nicht mehr kaputt geht. Durch den Hagel zumindestens. Durch andere Sachen natürlich. Ach, Schwefel hier. Schwefel, stirb. Schwefel, ich brauche nicht. Wo bauen wir denn jetzt unser Lagerfeuerchen? Ah, machen wir mal hier. Noch haben wir Zeit, da können wir doch den Steine schnell kaputt machen. Hack, 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 hack. Schnell, schnell, schnell. La, 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 la. Scheiße. Hat nicht gereicht. Naja. So, dann... Ne, holen wir jetzt noch ein bisschen Holz, was wir hier so in der Zeit noch abgrasen können. Hoffentlich keine Schlangen. Ja. Super. So, jetzt gucken wir doch mal, wie das hier funktioniert. Also, wir müssen den anpflanzen. Ha, geil. Mega lustig. Mega cool. Gucken, ob das was bringt. Aber braucht man natürlich halt ewig. Finde ich voll witzig, ne? Mit dem Kochtopf hier. Wenn man ranzoomt, ist die Auflösung gar nicht so groß, ne? Aber gut, es reicht, äh, für die Entfernung von hier, ne? Dass er scharf aussieht. Er kocht natürlich ewig hier, ne? Das ist nämlich das, was ich meine, äh, mit dem Kochtopf. Dass du dann hier ewig wartest und irgendwie braucht er auch irgendwie länger, hatte ich das Gefühl, als der normale Crockpot. Da stehst du ja den ganzen Tag hier für ein Gericht. Hm. Wow. So. Würde sagen, wir brauchen ein Bot. Ah. Da läuft mir auch schon wieder die Nase hier. Ja, ich würde sagen, das normale Boot reicht erstmal, oder? Ja. Wenn es nicht besonders schnell ist. Ach, das Symbol ist auch lustig. Na, mal gucken, ob wir... Wir haben ja noch eigentlich einen Haufen neuer Sachen, die wir immer noch nicht gesehen haben. Sei es der, äh, Piraten-Papagei, der uns Sachen tauscht, oder die Krake, die der Schweinekönig quasi ist, auf Shipwreckt. Oder, äh, die Delfine, oder diesen Schwertfisch, oder den Tigerhead, oder den Dodo. Also ein Haufen Sachen, die wir ja eigentlich noch nicht gesehen haben. Oder den, den Boaty, Floaty Knight hier, der die Zahnräder, äh, für uns hat. Alles nicht gesehen bisher. Aber naja, vielleicht kommen wir ja noch dazu. Wir sollten mal zusehen, dass wir uns unsere Rüstung dann bald bauen. Aber erstmal brauchen wir halt Gold und eine vernünftige, eine vernünftige, äh, Basis für unsere nächste Basis, quasi. Basis im Quadrat. So, also eins ist Fakt, bei Affen werde ich definitiv nicht bauen. Ich habe Schweine gesehen, oder? Ne, hier ist auch wie so eine, so eine Crate. mal gucken, was uns hier auf der Insel erwartet. Essen nehmen wir immer gerne mit. Jetzt müssen wir überlegen, für einen Part haben wir ja sonst so zwei, drei Tage habe ich das schon gemacht, oder? Ein bisschen mehr? Drei, vier Tage? Ich glaube, es sind mehr gewesen, ja. Wie viele Parts wir da eigentlich gemacht haben jetzt durch das letzte Leben eigentlich nur, ja? Also die Insel fällt mir eigentlich schon mal nicht schlecht, dass man hier schön viele Napfschnecken hat. Aber meistens ist hier nicht mehr viel. Wenn das hier Strand nur ist. Naja, gut. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich mit Wall-E. Ich will mal Wall-E sagen, weiß ich nicht. Hört sich auch eigentlich fast gleich an. Da müssen wir schon ganz genau hinhören, um da einen Unterschied zu sehen. Äh, zu hören. Nicht zu sehen. Ja, ich darf mir dann endlich mal die Nase schnauben. Die sind mir schon wieder komplett zu. Und, äh, zieht euch warm an. Es ist kalt draußen. Und nehmt dieses Schwert, dann ist es gefährlich alleine draußen. Dann bis zum nächsten Mal. Und, äh, wie gesagt, lasst mich mal wissen, wie ich, äh, da jetzt in den nächsten Tagen weiter verfahren soll. Also, ich würde sagen, bis Ende Januar auf jeden Fall noch. Und dann würde ich mich irgendwie auch gern mal irgendwie wieder was anderen widmen wollen. Sei es die The Division Beta, oder mit Patty mal wieder Daisy zu zocken oder so. Das mal anzugucken, was da so Neues, Schickes gibt. Ich hoffe, ihr, ja, euch hat es ansonsten bisher gefallen. Und, äh, ich freue mich jedes Mal wieder, einen Kommentar von euch zu lesen. Ansonsten, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.